An den Kapitalmärkten sind uns drei alte Bekannte wieder begegnet, was ich auch zu Beginn des Jahres ja bereits abgezeichnet hatte, was sogar schon davor eigentlich Themen waren, die uns bewegen. Es sind die drei alten Bekannten, die Geopolitik, die Geldpolitik und die globale Konjunktur, die uns aktuell am meisten beschäftigen. Geopolitik. Ausgelöst von Donald Trump und seinem jüngsten Tweet ist klar geworden, dass sich das Spannungsverhältnis USA-China, Stichwort Handelskonflikt, fortschreiben wird. Anders als vielleicht gemeinhin erwartet hat Donald Trump keinen Handshake mit den Chinesen gemacht, sondern hat sich entschlossen, doch Tariferhöhungen durchzuführen. Und gleichzeitig haben die Chinesen dann darauf gekontert und gesagt, also was du kannst, das können wir auch. Das erinnert uns daran, dass das Thema Handelsstreitigkeiten auf der Agenda bleiben wird. Und ehrlich gesagt, für mich war es nur eine halbe Überraschung. Ich hatte sicher auch damit gerechnet, dass es zu einem Handshake kommt, zunächst einmal. Aber mir war klar, dass die zugrunde liegenden Schwierigkeiten, Spannungen bleiben werden und diese Spannungen immer wieder dazu führen dürften, dass die Geopolitik auf der Agenda bleibt und die Kapitalmärkte bewegt. Warum? Nun, wir müssen uns klarmachen, es geht beim Handelsstreit USA-China um deutlich mehr als nur um Sojasprossen oder vielleicht Elektrobauteile. Es geht letztendlich um die Vorherrschaft auf der politischen Bühne und durchaus auch in der Weltwirtschaft und nicht zuletzt auch im Feld der künstlichen Intelligenz. Um das sich nochmal zu verdeutlichen, müssen wir, uns klarmachen, dass China drei große Agenda-Punkte verfolgt. Erster Agenda-Punkt, die Seidenstraße, ein Handelsraum, der gleichzeitig auch ein politischer Dominanzraum werden kann, der sich von China über die alte Sowjetunion bzw. über Afrika bis hinein nach Europa erstreckt. Zweiter Punkt, China plant mit seiner Agenda 2025, die eigentlich sogar 2040 heißen müsste, weil sie deutlich länger angelegt ist. Den Heimatmarkt in zehn Schlüsselindustrien zu dominieren, hat klare Absatzziele, Marktanteilziele vorgegeben und das heißt, damit werden natürlich nicht nur ausländische Anbieter verdrängt, strukturell verdrängt. Es heißt natürlich auch, damit bekommt China Skalierungsmöglichkeiten auf der Preisseite, die es am Weltmarkt durchgeben kann. Dritter Punkt, neben Seidenstraße, neben China 2025, künstliche Intelligenz. China will in diesem Feld führend werden und auch da könnte es Amerika in die Quere kommen. Verständlich also möglicherweise dann am Ende doch, dass Donald Trump noch mal so richtig alles durcheinander gewirbelt hat und wie gesagt, was immer in den nächsten Wochen vielleicht dann doch noch an Entspannungssignalen kommt, eins wird bleiben, diese Spannungen. Stellen wir uns darauf ein. Zweiter großer alter Bekannter sozusagen ist die Geldpolitik. Es war ja gerade im April, nein im letzten Quartal 2018, was uns so beschäftigt hat, weil die Märkte gemerkt haben, plötzlich, komisch, es gibt weniger Liquidität. Die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank, war dabei, ihre Bilanz zu verkürzen, also auslaufende Staatsanleihen, die sie auf dem Buch hatte, als Folge der quantitativen Maßnahmen nicht mehr zu verlängern, zu prolongieren, durch neue zu ersetzen, sondern eben auslaufen zu lassen und damit Liquidität zurückzunehmen. Das hat die Märkte durchgeschüttelt und hat sie im Januar, Februar genau wieder umgekehrt durchaus nach oben getrieben. Warum? Weil Jerome Powell auf die globalen Konjunkturdaten schauen gesagt hat, Moment mal, ich fahre doch lieber langsamer voran. Und gleichzeitig kam ihm Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, zur Seite und sagt, Kapitalmärkte haben vielleicht langsam schon erwartet, dass wir noch 2019 die Zinsen anheben und auch dann in der Fortfolge unsere Bilanz wieder verkürzen, also die quantitativen Maßnahmen zurückbauen, Staatsanleihen aufhören, nicht nur zu kaufen, sondern auch auslaufen zu lassen, nicht mehr zu ersetzen. Und genau auch er hat die Kehrtwende vollzogen. Das hat die Märkte sehr freudig gestimmt, hat die Risiko-Aversion zurückgedrängt und hat die Nachfrage nach Aktien durchaus beflügelt. Die globale Konjunkturentwicklung wird uns auch weiterhin an den Kapitalmärkten beschäftigen. Die Einkaufsmanager-Indizes erinnern uns daran, dass wir uns in einer späten Phase des Konjunkturzykluses befinden. Das heißt, sie bewegen sich noch oberhalb der expansiven Marke von 50, rutschen sie aber stark darunter, wäre das ein klares Signal, dass wir uns in einer Rezession befinden. Das sind wir noch nicht, wir erwarten es nicht, aber das Risiko ist da und die Zeichen der Abschwächung sind ebenfalls gegeben. Was heißt das für die Anleger? Nun, ich denke, drei Punkte sind für die Anleger am Ende wichtig. Die finanzielle Repression, erster Punkt, schreibt sich fort. Sie betritt eigentlich eine neue Phase. Finanzielle Repression, darunter verstehe ich diese Phase von niedrigen, um nicht zu sagen negativen Staatsanleihenrenditen in großen Teilen der Welt, was dazu führt, dass man am Anleihenmarkt nicht nur nicht Geld, keine Rendite mehr bekommt, sondern sogar Geld verliert, wenn man den Kaufkraftverlust mit einbezieht. Der zweite Punkt ist, die Volatilität wird bleiben. Dafür wird zunächst oder zuletzt nicht nur die globale Geopolitik sorgen. Auch die Konjunkturindikatoren dürften uns auf dieser Seite immer wieder für Kursauf- und Abschläge sorgen. Und der dritte Punkt ist, wer Rendite erwirtschaften will, braucht aktives Management. Wir sind in keiner Phase, wo man Geld einfach liegen lassen kann, um zu warten, was am Ende passiert. Wer Geld liegen lässt, verliert es gegen einen Kaufkraftverlust. Aktives Management ist gefragt. Nicht nur bei der Einzeltitelauswahl, sondern auch bei der strategischen Allokation über die einzelnen Vermögensgattungen. Ich hoffe, dass Ihnen meine kurzen Ausführungen geholfen haben, ein Stück weit unsere Anlagewelt, unsere Meinung zu verstehen. Beste Grüße aus Frankfurt, Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors. H soi yok, aber die篇 3t. Fertig, N beautyblatt du